Ich streiche die Bänke, die, ähm, trip, nee, nicht trip die Bänke, Zuschauer-Bänkes werden richtig schön. Die haben ja schon vor Ewigkeiten gebaut, ja letztes Jahr schon, und jetzt kriegen sie den richtigen Anstrich verpasst, die kriegen Sitzpolster, aber da weiß ich nicht in welcher Draht, was meinst du hier oben oben? Ja, das ist ein Schlaubeboot. Ich würde mich verpassen. Dann haben wir noch das alles da hinten, auch noch die ganzen, die da auf dem Platz kommen. Die Bühne wahrscheinlich auch noch, oder? Alles muss eigentlich angestiegen werden, ja. Alles muss Spaß. Und irgendwie auch von hinten und von der Seite und dann die ganze Bühne. Ich bin trotzdem auf jeden Fall mal gespannt, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Und jetzt dann richtig fertig ist. Da oben müssen wir wahrscheinlich noch streichen hier. Josu breasts in der Lwho. Und da oben sind. Kil комментарiner. Bis zum film. Bis zum. Bis zum. Bis zum. Bis zum. Vielen Dank.